Es geht um Matcha-Pulver. Wir machen Cupcakes. Da drauf Matcha-Creme und am Ende oben drauf so eine Garnitur. Ich nehme jetzt hier einfach zimmerwarme Butter und gebe dazu Zucker. Backpulver. Mehl dazu. Und dazu die Milch. Prise Salz. Und dann haben wir hier 180 Grad. Gleichmäßig backen, 20 bis 25 Minuten. Ich habe hier vorne nichts anderes wie Wasser und Zucker eingekocht. Dazu erstmal Zitrone. Matcha-Pulver. Drei gute Teelöffel. Ein kollagenes Eiweiß. Mascarpone. Und dann stellen wir diese Creme in den Kühlschrank. Mehl, Öl, Wasser und etwas grüne, natürliche Lebensmittelfarbe. Drei. Drei. Auch ich bin mit der Bühne. Drei.